In diesem Video geht es um die besten Stirnlampen. Der Qualitätssieger in unserem Stirnlampe-Test geht an die Petzl Ticca. Die Ticca Stirnlampe ist einfach und kompakt, bietet eine Leistung von 200 Lumen und einen breiten Lichtstrahl. Mit seiner großen Autonomie ist er praktisch bei Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Trekking oder Reisen, aber auch im Alltag für den Heimwerker. Der Phosphoris-Zierende Reflektor ist hilfreich, um ihn im Dunkeln zu finden und die rote Beleuchtung ermöglicht nicht zu blenden, während der Gruppentrips. Die Ticca ist eine Hybrid-Taschenlampe, die auch mit Core-Akku kompatibel ist. Hohe Autonomie, einfach zu bedienen, dank der einzigartigen Taste zum schnellen und einfachen Auswählen des Beleuchtungsmodus. Drei Beleuchtungsmodi Näherung, Scrollen und Weitsicht rote Beleuchtung ermöglicht eine Nachtsicht und diskrete Sicht während der Gruppenbewegung. Phosphoris-Zierender Reflektor, um die Taschenlampe im Dunkeln zu finden. Die Ticca ist eine Hybrid-Taschenlampe, wird mit drei Batterien betrieben und ist auch kompatibel mit Core-Akku. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Everbeam H6 Pro. Mit dem eingebauten 1200 mAh Akku beträgt die maximale Laufzeit der H6 Pro Stirnlampe beeindruckende 30 Stunden bei rotem Licht oder 10 Stunden bei weißem Licht. Im Modus hohe Helligkeit 650 Lumen liefert die Stirnlampe eine getestete Dauerleistung von 2,5 Stunden 166 Minuten, um genau zu sein, wie im Testprotokoll angegeben. Die Stirnlampe ist aus hochwertigem, extrem widerstandsfähigem Material gefertigt, hält Regen und Nässe problemlos aus und wurde getestet, um starken Regenfällen standzuhalten. Stellen Sie sich die vielen tollen Dinge vor, die Sie tun und sehen können, wenn Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Ihre Stirnlampe aufgibt. Die H6 Pro Stirnlampe misst 60 x 45 x 36 mm und das ganze Stirnlampe, Batterie und Riemen wiegt 72 Gramm. Sie ist super kompakt und leicht. Mit dem verstellbaren und elastischen Riemen tragen Sie sie, ohne sie zu spüren. Der Winkel der Stirnlampe ist um 60 Grad verstellbar, sodass Sie beim Joggen oder beim nächtlichen Spazierengehen mit dem Hund perfekte Sicht genießen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Stirnlampe-Test ist die Kokoda Stirnlampe. Nur 45 Gramm mit einer Abmessung von 6 x 3 x 3,3 cm. Keine Überhitzung nach stundenlangem Gebrauch. Fühlen sich keinen Druck auf den Kopf. Das atmungsaktive und verstellbare elastische Kopfband passt perfekt sowohl Erwachsenen als auch Kindern. Ausgestattet mit 5 Beleuchtungsmodi weißer Strahl, hoch, mittel, niedrig, roter Strahl, konstantes rotes Licht, SOS für den Notfall. Es kann sich an den zuletzt verwendeten Beleuchtungsmodus erinnern. Das heißt, man muss sich nicht erneut durch alle Modi der Lampe klicken. Eingebauter hochwertiger 800 mAh Polymer Akku. Laufzeit bis zu 12 Stunden bei niedrigen Helligkeit und 5 Stunden bei hohen Helligkeit. Mit der um 60 Grad einstellbaren Lampe können Sie das Lauflicht genau auf die gewünschte Position richten. Geeignet für drinnen und draußen, egal, ob es regnet oder schneit. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.